So, den ersten haben wir schon mal. Yo Leute und Hallo und Willkommen zur ersten Folge Counter-Strike. Ja, es ist ganz normal der Counter-Strike, also kein Counter-Strike, sowas. Ähm, ja, hier werde ich die verschiedenen Klassen einmal vorstellen und sagen, wir fangen direkt an, gehen auf New Game und wählen wir mal die erste Map aus, das ist dann Ass Oil Rig. Ähm, wir stellen erstmal auf Easy, ähm, Game, da lassen wir erstmal alles so. Ähm, Blue Scan, Giant, After Blade, Turnt, äh, Shields, das machen wir mal an und gehen auf Starten. Und jetzt passt es ganz rum. Ähm, Leute, aber offensichtlich. Ah ja, okay, es fängt an. Terrorist Forces nehmen wir und mit Phoenix Connex fangen wir an. So. Dann gehen wir mal hier lang. Ähm, Burst, semi-automatic. Nehmen wir mal Automatic. So, dann suchen wir uns jetzt mal die ersten Gegner raus. Ich war auch schon Geschüsse hier. Ich war auch schon. So, den ersten haben wir schon mal. Den ersten haben wir schon mal Blatt. Okay, ähm, Geh mal hier hoch. Wo ist er? Okay, hier ist jemand gestorben. Dann gehen wir mal hier hoch. Ähm, Oh, oh, scheiße, 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 scheiße. Irgendwie... Ich finde, hier kommen Leute. Das ist ein bisschen böse. Komm schon, schneller, 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 schneller. Okay, okay, es fängt ja neu an. Dann auf geht's jetzt. Jetzt aber... Guck mal, ob wir irgendwas machen können in einem Helikopter. Nein, kommen wir nicht. Okay. Da können wir nichts machen. CT spawn. Haben wir auch einen Meter? Three to go. I hear something. Ah. Dann suchen wir mal weiter. Ähm. Two enemies left. Komm hier rein? Ja, wir kommen hier rein. Ähm, wir haben auch einen Radar. Müssen wir ein bisschen mehr drauf achten. Oh, okay, das war zwar blöd. Ähm. Okay, okay, okay. Deswegen ist das noch meine erste Runde hiervon. Also. Also, beinahe bitte nicht böse hier. Aber, okay. Und es geht wieder los. Wir gehen erstmal ganz nach unten. Vielleicht finden wir ja da mehr. Okay, das ist unser Freund. Das sind also die blauen Nutzer-Feinde. Mein Gott, hier sind es nicht wenige. Oh, oh, oh. Scheiße. Okay. Okay. Ähm. Warten wir einfach, bis die Runde wieder losgeht. So, und dann geht es ja auch wieder weiter. Okay. Wir müssen auf Semi-Automatik sterben, weil sonst kommen wir ja schlecht klar. Okay. Einen haben wir schon getötet. Wir müssen mal ein bisschen aufpassen, weil der wird jetzt ziemlich sauer auf uns sein. Alter, wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? No, das ist das. Ich kann mal irgendwo einstellen, dass die... Ah, okay. Auf dem Radar sieht man's. Okay, dann würde ich niedergeschossen. Ich würde niedergeschossen. 26 Sekunden läuft es noch. Und wieder zurück. Gut, los geht's. Okay, da ist unser Freund. Okay. Ist auch unser Freund. Das müssen wir mal sehen. Weil hier wird schon nicht geschossen und ich checke nicht, wo die Feinde sind. Da, da war einer. Da ist Feind. Stirb doch. Hat aber lang genug gedauert. Okay, trotzdem haben wir gewonnen. Nee. Gut. Dann wird das jetzt die letzte Runde. Leid den Weg, Sir. Oh, das war blöd. Falsche Taste. Dann gehen wir hier runter. Hier ist es auf seiner schwülen Ölplattform. Ölbohrer Plattform. Noch einen getötet. Ah, scheiße. Scheiße, 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 scheiße. So, Leute. Das war es mal mit der ersten Folge von Quanta zu zeigen. Ich finde das Spiel wirklich ziemlich geil, weil ich stehe ja auch eher so ein bisschen auf Reto, so ein bisschen auf High-End, aber egal, ich finde das geil und das wird jetzt auch mal zwischendurch kommen. Also, ich lasse das hoch und danach kommt wieder in der Folge von Chirana. Ich sage, auf Wiedersehen und Tschüss.